Du spielst kein Fortnite, sondern Minecraft? Niemals im Leben! Wer spielt noch Minecraft? Klar es gibt Kinder die keine Spiele ab 18 spielen dürfen, aber es gibt doch jetzt Fortnite! Spiel mal Fortnite! Minderkraft zocken nur 6-jährige Kinder! Nein, das heißt doch nicht! 2-2! Ach Freunde, heute mal ein etwas, naja sagen wir mal, anderes Video. Die Worte heute, muss ich zugeben, lagen mir wirklich schon etwas länger auf der Zunge und nun möchte ich das Ganze dann doch einfach mal ansprechen. Seitdem Fortnite raus ist, ist es irgendwie anscheinend zur Seltenheit geworden, beziehungsweise auch einfach out Minecraft zu spielen. Kurz vorab, damit ich kein Hate unbegründet abbekomme sozusagen, ich selber feiere wirklich Fortnite übelst und liebe das Game einfach abgöttisch und spiele es auch privat sehr gerne, vor allem mit Kumpels bockt das Ganze schon mega. Es geht heute einfach allgemein mal um den Zustand von Minecraft auf YouTube, Fortnite und meinem Standpunkt zu dem Thema allgemein. Ich kriege nämlich in den letzten Wochen wirklich vermehrt Kommentare wie, du spielst Minecraft und kein Fortnite? Ja, tue ich. Und jetzt? Das habe ich schon immer getan und werde ich auch weiterhin tun. Viele haben mich auch gefragt, warum ich kein Fortnite bringe. Dadurch würden meine Abos ja quasi in die Decke springen oder gehen und ich hätte viel mehr Hype. Na natürlich, klar, ist so. Aber ich mache kein Fortnite, weil ich Minecraft YouTuber bin und das auch bleiben möchte, ehrlich gesagt. Fortnite privat muss ich sagen, macht mir natürlich sehr viel Spaß, aber auf Videos dazu habe ich überhaupt gar keine Lust. Minecraft, vor allem auf der Konsole, News und alles Weitere, was ich halt so bringe, sind halt einfach meine Leidenschaft. Darin fühle ich mich wohl, das macht mir am meisten Spaß und mehr brauche ich ehrlich gesagt auch gar nicht. Was würde es mir bringen, jetzt mehr Klicks zu generieren, einfach Abos zu kriegen ohne Ende, vielleicht die 300.000 einfach mal in, sag ich mal, in einem Monat zu knacken und ich hätte einfach keinen Spaß dran. So einer bin ich nicht und so einer möchte ich auch ehrlich gesagt niemals werden auf YouTube. Ich würde für keinen Hype der Welt meinen Kanal auf einmal komplett umstrukturieren, nur um mehr Klicks zu generieren. So war ich wie gesagt nie und so werde ich auch niemals in meinem Leben sein. Falls ich irgendwann mal so werden sollte, bitte hatet mich zu Tode, damit ich meinen Kanal endgültig komplett lösche. Danke. Du kannst mich auch gerne de-abonnieren, falls dich das jetzt enttäuscht, dass du hier niemals ein einziges Fortnite Video auf meinem Channel finden wirst. Hier und da werde ich das Ganze natürlich mal streamen, wie ich das bisher auch schon das ein oder andere Mal gemacht habe. Natürlich sehr selten, weil es einfach Bock macht mit Kumpels einfach mal zu streamen, weil das ja auch für die auf eine Art und Weise auch sehr cool ist, da mal einfach live zu sein. Das mache ich natürlich noch. Das habe ich auch mit ganz ganz vielen anderen Spielen gemacht, die überhaupt gar nichts mit Minecraft zu tun gehabt haben, in irgendeiner Art und Weise. Das aber wie gesagt sehr selten und das niemals als Video. Niemals als Video-Format werde ich Fortnite in irgendeiner Form auf meinen Kanal hochladen. Ich muss zugeben, meinen ganzen vier Jahren auf YouTube, ja mittlerweile sind es echt schon vier Jahre krass, ich komme einfach richtig alt vor, aber alt ist genau das richtige Stichwort, denn ich musste mir in den ganzen vier Jahren noch kein einziges Mal anhören, dass ich zu alt für Minecraft sei. Ich meine, wie zum Teufel kommt man auf so einen verdammten Blödsinn? Ich verstehe es nicht. Und das Beste ist auch einfach viele, die in die Kommentare geschrieben haben, Minecraft wäre out und welche Lutscher oder sowas spielen denn noch Minecraft? Wie kann man denn nur so arm sein und das Spiel noch spielen? Da gehe ich dann mal auf die Kanäle drauf und gucke. Es sind natürlich Fortnite-Kanäle mittlerweile, aber was haben sie vor Monaten hochgeladen? Richtig, Minecraft. Lass die Leute doch einfach das machen, was sie machen wollen, vor allem auf YouTube. Ganz ehrlich, was geht dich das an, wenn ich Minecraft-Videos mache? Mach doch Fortnite-Videos. Es ist mir doch einfach total egal. Vor allem, wenn du kein Minecraft sehen willst, weil du zu cool dafür bist oder das Game einfach voll out ist, dann guck dir doch einfach irgendwelche Fortnite-Videos an auf anderen Kanälen und kommentiere nicht unter meinen Videos, dass Minecraft out wäre. Das ist irgendwie widersprechen, wenn du Minecraft out findest, aber unter ein Minecraft-Video kommentierst. Wo ist da der fucking Sinn? Klar ist Fortnite aktuell viel, viel mehr in Hype und das natürlich auch verdient meiner Meinung nach, aber muss ich einfach mal reinziehen, wie lange es Minecraft schon gibt und wie lange dieses Game einfach schon in Hype ist oder wie lange es sich gehalten hat und aktuell immer noch viele millionenfache Spieler aktiv dieses Spiel spielen. Warum ist es dann out, dieses Spiel zu spielen, frage ich mich. Ich möchte mich jetzt aber auch nicht weiter aufregen und das Video damit künstlich in die Länge ziehen oder auf 10 Minuten strecken und dann mit Werbung zuknallen, so wie es jeder zweite YouTuber heutzutage macht, sondern wollte diesen Moment jetzt auch nochmal für die Leute sozusagen nutzen, die halt immer noch aktiv auf meinem Kanal unterwegs sind, also die trotz Fortnite-Hype immer noch dabei sind, die selber vielleicht auch Fortnite suchten ohne Ende, aber trotzdem meine Videos unterstützen und die das Ganze trotzdem noch interessiert. Dafür geht auf jeden Fall mal ein fettes, fettes Dankeschön an diese Leute raus, die immer noch wirklich aktiv auf meinem Kanal unterwegs sind. Ein wirklich großes Dankeschön von mir, GamingArts.de, an euch Leute. Ich bin euch unendlich dankbar und deswegen mache ich weiterhin noch YouTube, weil es mir so viel Spaß macht und ich einfach die geilste Community der Welt habe und daran soll sich einfach nichts ändern und dann bin ich mehr als zufrieden und dann brauche ich auch keine eine Million Abos und so kann ich dann in Frieden sterben, wenn ich meine Community behalte sozusagen. Ich hoffe, euch hat dieses kurze, knackige und ja Real Talk mäßige Video gefallen. Ich wollte einfach meinen Standpunkt kurz klarstellen, mich bei euch bedanken, einfach mal sagen, was so Sache ist momentan und was mich so stört an YouTube vielleicht. Meine Meinung zu Fortnite kennt ihr jetzt, ich liebe dieses Game, werde es aber niemals auf meinen Kanal hochladen. Ich hoffe, ihr akzeptiert das und versteht das vor allem, weil ich das Ganze nicht hochladen möchte. Das ist der Punkt. Wie gesagt, ein großes Dankeschön an die ganzen aktiven Supporter unter euch. Bitte hört damit nicht auf. Das macht mir jedes Mal, wenn ich das wiedersehe. Eine große, große Freude. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und das war es dann auch schon mit dem Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, ein schönes Wochenende und auf Wiedersehen, Freunde. I didn't pay my rent today. It's so strange. Cause I don't even really know why, but I'm good. I think I'd rather throw them ones up. Spend it all at the strip club. And I don't even really know why, but I'm good. Funny how we do everything we told, ain't it? Do something different, people look at you the strangest. Wonder how they looked at Picasso when he painted. Raleigh, how your girl...